ich habe schon wieder drei sachen so jetzt habe ich die hier primärwaffe das das und das und jetzt nehme ich die hier aber immer noch was neues ach nee das war die guck ich hab die ausgewählt trotzdem ist sie noch neu bei denen aber irgendwas ist hier immer noch neu die waffe stehen hier ja und immer noch nein egal hier ist nix mehr bei den waffen vieler ja genau bei den waffen muss ja noch was wir werfen jetzt wieder wieder alles freigeschaltet an etwas freigeschaltet wurden ist ist jetzt auch habe ich jetzt auch alles angeguckt so muss ich sagen ja schon alle 55 da wollen wir ja auch noch ich hoffe mal das kriegen wir heute noch hin also heute jetzt nicht mehr aber ich hoffe mal ich krieg das nur hin so muss ich sagen irgendwann mal gucken wie die waffe ist sie ein stummgewehr mal gucke die smr die drei schule einschusswaffe okay und das ist ja nicht gut das wäre schon längst tot gewesen abgeschossen die ist gar nicht mal so schlecht abschuss verwehrt abschuss bestätigt abschuss verwehrt abschuss bestätigt ja was denn noch alles wir sind in front ja in front gut mann man kann eigentlich mit allen waffen spielen nur kann ich nicht gewinnen abschuss bestätigt mann 20 schuss sind noch ein bisschen wenig ach komm ich habe es doch gewusst da muss irgendwas liegen aber das denkt man sich ja nicht warum können die um die ecke schießen jetzt mal nervt treff ich nicht mehr jetzt mal warten sollen bis einer rauskommt hätte hundertfünf punkte also hundert punkte mehr gekriegt aber das ist mir jetzt auch egal hier war doch einer achtung feindliche hunter killer drohne unterwegs aber da war schon wieder so ein taktiker schieb den wollte ich eigentlich warten bis leider kommt verbündete hunter killer drohne eingesetzt wir haben die führung verloren verbündete drohne nähert sich und noch ein abschuss abschuss bestätigt abschuss bestätigt und hoffentlich woher kann ich sogar noch drohne nähert sich verbündete vorräte unterwegs feindlicher tarnhelikopter unterwegs super geschützt stell dich mal hier oben hin aber mal auf die andere seite abschuss verwehrt abschuss verwehrt willst du deinen sollst oder bewegt dich ja ja abschuss bestätigt auf die beine auf die beine feindliche drohne nähert sich verbündete hellstorm rakete unterwegs ich habe aber viel zu viele sachen ach komm ach ja das muss ja so sein na Achtung feindlicher blitzschlag steht bevor Hier ist mein Todbringer. Ich glaube, den hat der jetzt. Oder auch nicht. Hat doch. Also der lag da einfach nur rum. Um so zu tun, als ob. Naja. Wurde aber nicht gesagt, dass ich, ähm... Also, dass sie kaputt ist. Mann. Ich glaube, der Waffe ist gut, wenn man erweitertes Magazin drauf hat. Die ist richtig schnell leer. Ich nie mal gemerkt hab jetzt, ne? Ich hab einen Kill. Dann stehen da noch zwei vor mir. Und die krieg ich dann natürlich nicht. Aber sonst? Ach. Mann. Abschuss bestätigt. Abschuss verwehrt. Wovorat. Hä, Hilfe. Feindlicher Blitzschlag steht bevor. Ja, die Trä... Achtung, feindlicher Blitzschlag steht bevor. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Hunter-Killer Drohne unterwegs. Pachtmanate geht raus. Abschuss bestätigt. Wow. Wie hab ich denn das jetzt irgendwie... Ach, geht's kaum. Oh. Nein, 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 nein. Hä? Wo steht denn der? Hä? Achtung, feindliche Drohne nähert. Wo steht der? Willst du deinen Sold? Dann beweg dich! Ich mein... Das wird nichts. Los doch! Ach, bin sie viel. Achtung, feindlicher Hunter-Killer Drohne unterwegs. Nee. Achtung, feindlicher Blitzschlag steht bevor. Guck dich. Natürlich. Äh. War das jetzt? Äh. Zum ersten Mal, dass ich den in den Zeitlupe gesehen hab. Auch gut. Naja. Ui. Ui, gleich hat man 47. Ich denke auch, man sieht die Maus. Ich glaube, ich hab vergessen. Jopp. Ich hab mal die ganze Zeit die Maus gesehen. Mist. Egal. So muss auch mal sein. Egal. Naja. Ähm. Lieber die hier. Ähm. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wie das welche hinkriegen. Das war's für heute. 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 Yay!